Liebe Jugendliche, drei Tage können einen großen Unterschied machen. Wie das ausschaut, zeigt die 72-Stunden-Aktion der Landjugend. Junge Menschen packen vor Ort mit an und stellen ehrenamtlich und im Team etwas auf die Beine. Das bereits seit 1995 alle vier Jahre. Das zeigt nicht nur, wie lebendig und engagiert die ländlichen Räume im Flächenland Niedersachsen sind. Solche Aktionen schweißen auch zusammen. Die Teams genau wie die Dorfgemeinschaft. Eine wirklich tolle Aktion, die ich gerne unterstütze. Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wünsche ich viel Erfolg und bedanke mich jetzt schon für ihren Einsatz. Bewege mir das Land. Auf uns habt nur Familie. Das ist mehr als du und ich. Wir sind ein Teil von großen Ganzen. Das ist unvergänglich. Unvergänglich! Unvergänglich! Unvergänglich!